Meistens, dass die ersten Spiele sehr ausgeglichen sind, dass da eigentlich mehr der Aufschlag eine große Rolle spielt und weniger der Redburn. Aber das kommt noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Für mich gelten im Leben vor allem zwei Dinge. Nur vom Allerfeinsten und Geradlinigkeit in jeder Lebenslage. Und niemals, wirklich niemals die Selbstbeherrschung verlieren. Die Schoko-Leichten-Schokolade-Chips. Der neue Fili-Shape 980. Für eine noch gründlichere Basur. Mit dem Zweiklingensystem. Erstens anheben, zweitens tiefer abschneiden. Der Fili-Shape 980. Digitale Energiekontrolle und als Weltneuheit die von Anfang an kontinuierliche Restminutenanzeige. Der neue Fili-Shape. Die Zeitmaschine. Mann, diese Autofahrer. Da haben sie immer eilig. Ja, schon gut. Und hier unten fliegt einem der Dreck um die Ohren. Wenn ich nicht ständig aufpassen würde. Andere Reifen hätten das schon längst schlapp gemacht. Aber ich sage nur, alles halb so wird. Wredestein-Reifen. Der macht was mit. Verpiss dich. Chocolate-Chips. Sind sie da? Entschuldigung. Sind sie weg. Das ist so locker gespielt. Von Andere Reifen, den Punkt, den hat er eigentlich schon abgehakt. Er hielt den Schläger einfach nur noch hin. Hatte gar nicht gesehen, dass der Pizempers direkt wieder auf den Weg zurück in die Platzmitte war. Und dann machte er den Punkt mit einem wunderbaren Passierschlag. Halt! 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 Ich würde es sagen, über 40. fantastischer ballwechsel super ich weiß nicht ob es beim fernsehen richtig rauskommen weil die geschwindigkeit der bälle ist wirklich enorm und peter es hat dann am ende das glück des tüchtigen der ball springt von der netzkante ins feld und er schafft das break 4 zu 2 für den 20 jährigen ehemaligen news open gewinner im ersten satz gegen andre agassi und 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 ... ... ... ... ... ... ... ... von St. Darsic, 1530. Das zweite Mal hintereinander, Aufschlag in die Platzmitte. Zwei erste hintereinander, das wird jetzt für Piet Samples. Das zweite Mal hintereinander, Aufschlag in die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte. Das zweite Mal hintereinander, Aufschlag in die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte und die Platzmitte. Er nahm quasi die Geschwindigkeit des Aufschlags mit und Einstand. Beeindruckend beendet Piet Samples, sein Aufschlagspiel 5 zu 2 für ihn im ersten Satz. Ich klicke mein Panik und drücke mein...